Hallo und Herzlich Willkommen zu einem kurzen Update Video. Mein Name ist Pion Rollhattern, ich arbeite hier bei der Firma Mikrotech im Marketing und wir sind gerade ganz eifrig dabei unseren Mikrotech Kundentag 2018 vorzubereiten, der dieses Jahr in der Opel Arena stattfinden wird am 20.09. und dafür haben wir keine Kosten und Terminen gescheut und uns hier ein fantastisches Teil bestellen, wie ich sagen möchte. Und zwar ist es eine Kamera Halterung, eine Art Selfie Stick, mit der ich euch am Kundentag verfolgen werde, um das Ganze auf unseren Social Media Kanälen festhalten zu können. Und dieses Gerät, wir werden es mal zusammen anschauen, wir packen das mal gemeinsam aus. Die Verpackung ist schon mal extrem hochwertig, das Gerät nennt sich Osmo Mobile 2, ist von der Marke DJI und wie das Ganze ausschaut, das gucken wir uns jetzt mal an. Bedienungsanleitung haben wir schon mal, wenn sich das Ganze so leicht bedienen lässt, wie es sich auspacken lässt, bin ich da schon mal sehr froh. Also kommt in einer ganz hübschen, schwarzen Verpackung und besteht aus der klassischen Bedienungsanleitung, einem kleinen USB-Ladekabel und dann natürlich das Herzstück, die Kamerahalterung. Das Besondere an diesem Gerät ist eigentlich, dass es sich selbst justiert und egal wie man seine Hand bewegt, die Kamera immer in der gleichen Position ist, wenn man keine Bewegung sieht. Das Gerät ist extrem hochwertig, hat hier in der Mitte verschiedene Knöpfe, mit denen man die Kamera vom Stick aus bedienen kann. Die kann man über den Daumen sehr gut erreichen. Wir haben hier die Möglichkeit zu zoomen, wir haben die Möglichkeit hier mit diesem kleinen Joystick die Kamera nach oben, unten, links und rechts zu bewegen. Wir können die Aufnahmen starten und stoppen und wir haben hier oben die Möglichkeit die Kamera einzuspannen, in diese kleine Halterung und das Ganze hier hinten zu fixieren. Hochwertige Knöpfe aus Aluminium würde ich sagen und wir sind sehr gespannt, was wir hiermit erreichen können. Ihr werdet mich auf dem Kundentag sicherlich damit umflitzen sehen. Wie gesagt, 20.09. Mikrotech Kundentag, Opel Arena Mainz. Wir freuen uns schon und sind sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal.